hallo hier ist martin von money monkeys dass die dax analyse für nun freitag den 8 den ersten 2021 und jetzt so viel hat unser dax gar nicht gemacht zum zum donnerstag aber spannender aus also ja weiter weiter dax weiter weiter wir haben wir haben diese eigentlich relativ eindeutig festgemacht also wir hatten gesagt wenn er wenn er nach unten arbeiten soll unter die 850 wenn er unter die 850 geht blablabla haben alles durchgesprochen wasser unten alles tolles machen kann hatte ja auch nicht mehr haben gesagt wenn er über die 13 das haben und oben genommen ich weiß es gar nicht mehr 800 ist eigentlich völlig egal welche marke wir genommen haben er ist einfach drüber gegangen halt na egal welche wir genannt haben also mindestens eine 39 oder maximal eine 39 kümmer benannt haben aber selbst da ist er drüber gegangen halt so und dann hat er hier platz gehabt durchzulaufen durchgelaufen ist ja nicht das war schon sehr interessant was sie gesehen haben also der hatte ordentlich gefetzt also zur citra öffnung muss man schon zweimal die augen reiben ja der der hatte punkte zurückgelegt innerhalb von fünf minuten einfach mal 100 punkte runter geschossen das sieht man so jetzt nicht mehr was da los gewesen ist halt ne und das zeigt aber auch klar da hat da jemand richtig aggressiv versucht das ding nach unten zu treten markt überhaupt nicht interessiert haben es einmal wieder hochgekauft halten dann hat er das noch mal probiert doch mal runter zu treten markt nicht interessiert hat das wieder hochgekauft also da sitzt das geld momentan recht locker und wenn wir das jetzt mal so angucken ist das sogar eine bullische verkeilung hier das ist ein kleiner bullischer keil der jetzt am donnerstag entstanden ist das heißt wahrscheinlich aufwärts geht weiter weiter im akkord das heißt wir sollten hier jetzt auch rüsten mal über weitere ziele oben sprechen weil es ja dann doch so dass der markt wenn er mal auch überrascht natürlich auch weiter durchlaufen kann was auch wieder markant ist und was sehr auffällt die leute gerade so hinter dem bereich also auch unsere gruppe das weiß man gar nicht was ich sagen soll halt ne leute den ganzen tag da short suchen halt ne das ist ich meine heute kann ich sogar hier ein bisschen verstehen aber das wurde ja wenn man wenn man so die leute beobachtet was 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 suchen sie denn gerade was was nehmen sie denn zur hand wie bewerten sie denn wie beurteilen sie den markt denn denn dann gibt es positive und es gibt negative signale die man im chart erkennt und die man sieht man kann zum beispiel über so eine politische verkeilung sprechen man kann auch über einen hanging man sprechen man kann auch über das und das sprechen und über das und das aber mir ist auffällig dass die leute schon wieder nur die negativen sachen suchen also die suchen short die suchen richtig die suchen richtig short ich versuche immer ein bisschen das ganze als neutral zu bezeichnen damit man eben nicht als einbahnstraße das ganze betrachtet und sich zu sehr verbeißt weil das ist nicht gut und wenn sich alle nur auf der short seite verbeißt steckt er oben raus ich habe mir eher ein bisschen bedenken gehabt dass sie das auch unsere community zu 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 aggressiv leicht schlagen wird und dann halt so wichtige marken wie 14.000 oder 14.100 einfach ignoriert woher der markt einfach per se auch reagieren kann was er ja auch gezeigt hat was er was er getan hat halt ähm aber also passt 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 jetzt her auf halt dann versuchen sie besser zu sein wie die anderen versuchen sie neutral zu sein versuchen sie nicht unbedingt zu sagen das muss alles steigen ohne ende aber versuchen sie neutral zu sein das ist das ist das worauf es ankommt dass man eben auch da steht und jetzt so dann einfach sagen kann ja vielleicht hanging man ohne ende aber das ist halt auch politische verkeilung und weiter trend ist noch aktiv aufwärts trend aktiv verkäufe nach unten alles wieder hochgedrückt der hat der hat in fünf minuten 100 punkte runtergeballert also was soll jetzt kommen damit er nachhaltig fällt wenn 100 punkte auf fünf minuten nicht die verkäufe animiert bekommen man nach unten was weg zu geben soll er 200 punkte auf fünf minuten fallen oder na also das sind schon auch paar sachen drin die einfach nach oben sprechen deswegen rüsten sie sich etwas dass das hier noch ein paar meter weiter geben kann aber trotzdem neutral nicht nicht übertrieben bullig sein und muss ja alles nur steigen und nichts wird mehr fallen und bla 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 halt das ist auch nicht gesund aber wir sollten uns auf der oberseite rüsten und umkehrsignale dann waren umkehrsignale können wir jetzt drüber sprechen was wären umkehrsignale wir haben hier den keil theoretisch kann man es uns ganz einfach machen unten raus aus dem keil ist ein verkaufssignal wohin würde das führen das würde hier führen auf unsere 13 da muss mit dem tausendern aufpassen wir haben tausender wechsel bin ich immer sehr anfällig und nennen gern mal die falschen zahlen weil für mich der tausende vorne eher nebensächlich ist es für meine betrachtung unrelevant so wie mache ich euch das jetzt dass ihr das erkennt dass der von gestern ist machen das am besten so geht das so irgendwie scheiß egal machen das jetzt so der ist ja noch von gestern ist auch noch aktiv der macht darüber sollte der dann hier schneiden jetzt ganz püpslich hier halt noch mal anders das ist aber das ist halt nicht viel volatilität gibt also was heißt nicht viel volatilität grumst hat das ordentlich aber passiert das am ende nichts halt na das ist ganz schön piepselig jetzt aber was ich euch zeigen will ist also was ich mir vorstellen kann es wenn dieser keil hier bricht dieser keil diese verkeilung das ist doch mal wie schön das ist das richtig steigen das dreieck ist das so wenn das nach oben bricht und die brechen gerne nach oben steigende treibe wäre das in meinem sinne weiter aufwärts kommt wir nehmen das weg machen das so tag sagt fertig ist der lack so brauche nicht länger rum rum blubber näher so also geht ja geht die geht das steigende dreieck die verkeilung nach oben auf platz bis 13 14.400 da geht es schon aus 14.100 ich habe es angekündigt gehen wir über 14.000 ich bemühe mich sehr gehen wir über 14.100 kann natürlich durchlaufen passt ein bisschen auf das ist natürlich dann das ist natürlich dann so eine typische stelle wo sich dann wirklich auch mal einen rücklauf gönnt gerne weil die leute dann denken jetzt ist hier oben gelände ende gelände jetzt läuft er wirklich bis 14.200 und dann zuckt er hier nach unten da muss man ein bisschen aufpassen an so stellen hier hackt er da bloß so eine kerzenspitze durch als doch letztendlich dann von der kerze und drückt sich dann wieder nach unten raus gibt ihm wieder platz hier oben drauf auf die 14.000 die ist dann von oben unterstützung und genau ja aber hier muss ein bisschen aufpassen 14.100 kann auch nach unten reagieren halt geht er dann drüber aber nachhaltig auch bleibt er da drüber stabil schiebt sich mit irgendwelchen mustern sowas wie hier einfach wieder zur seite dann immer weiter platz nach oben ansonsten ist der wochenschluss nun fällig die woche sieht sehr gut aus bisher wir sind reingekommen am montag auf 13 7 50 stehen bei 13 9 90 allerdings muss man sagen ist auch nicht viel was man machen müsste um die kerze jetzt noch rot zu drücken das sind ja nur na doch sind 250 punkte ob das ist trotzdem nicht viel wir haben 100 punkte in fünf minuten jetzt geschafft der die ganzen tag eigentlich viel bewegung immer gehabt ne und wenn man mal so eine rote stunden kerze sieht hier zwei stunden kerze wenn er die hier hinstellt dann steht er hier dann ist die kerze fast wieder rot also ich glaube aber nicht dass die kraft die wochen kerze nicht rot wird und man sollte niemals die sagen weil das das also ich glaube dass nicht dass das so wird weil das muster bullig ist ja ich kann mir vorstellen dass der dass der noch nach oben was macht einfach wegen diesem keil das mag mag der dachs einfach das macht er gerne der dachs steht er drauf also ein bisschen so ein klein fetisch für die nimmt er normal eigentlich eigentlich würde ich sagen 90 prozent nach oben aber das ist schon eine erhöhte wahrscheinlichkeit dass du das ding verwandelt hat ja also wir haben ein bisschen wahrscheinlichkeit nach oben aufpassen muss man eigentlich nur wenn er sich unterhalb vom kalt bewegt das heißt so unter 69 haben wir platz bis hier einmal gap close das ist der bereich um 860 da darf man aufpassen die kommt auch das mittlere bollinger band an das heißt das ist eigentlich auch eine auf einer kleineren zeiteinheit könnte man sogar den fall so zeichnen hier das ist eher mehr was dann für unsere premium dienst mails da kommt man auf m5 runter da also ich würde hier auch eine reaktion einplan auf sicht der stunde müsste man aber bis zum ursprung dieser kerze hier ran ziehen weil auch das etwas ist auf das unser dachs ein bisschen steht halt macht er auch ganz gerne läuft immer wieder an und beendet auch dort gerne dann lange kerzen sieht man immer wieder hoch wie runter zu also ihr guckt doch hier best beispiel wo hat wo hatte hoch zu an dieser kerze geendet ne guckt es hier direkt die lange kerze dann direkt daran gestellt und das kann auch rückwärts zu funktionieren dann steht genau die kerze bis hierher machte sehr oft und das wäre der bereich um 87 87 das ist dann hier so eröffnungsniveau vom 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 jahr der x-etra ist ja glaube ich recht hoch reingekommen ich weiß gar nicht wo die x-etra öffnung ist ich glaube die liegt hier sogar so um 860 rum müsste man mal eine kleinere zeiteinheit reingucken dann könnte man das genauer sagen und wir sind ja ich glaube wir sind recht hoch x-etra öffnet x-etra ist halt 845 870 870 hat der x-etra dax eröffnet das heißt wenn es danach geht ob der dax eine rote wochenkerze also dieses diese diese regeln hier erste erste wochenkerze im jahr grün dann wird das jahr grün erste woche wochenkerze rot potenzial auf mögliches crash ja machen wir an dem x-etra fest nicht an meinem 8 bis 22 uhr wie sonst alles andere auch weil das sind wirklich das sind x-etra sachen hier und da ist die 870 wichtig das heißt sollten wir am freitag einen schluss unter 870 kriegen freunde dann wird es spannend dann wird es spannend im dax für dieses jahr nochmal ansonsten wenn er sich jetzt hier nach oben weiter auspuffert sollte man sich auf diese übertreibungsmuster einstellen wir haben ja eine jahresanalyse darüber gesprochen ich hänge euch die auch jetzt noch mal wieder hinten dran ich habe jetzt ein kleines anhängigesel hinten gebastelt dass ich das jetzt von video zu video immer die jahresanalyse erstmal die nächsten paar wochen dann noch mit hinten dran lassen kann können sich die noch angucken dies noch nicht angeguckt haben oder die die es noch mal vor augen halten wollen ansonsten ja mehr kann ich hier nicht sagen die marken sind auch heute wieder sehr offensichtlich sehr markant sehr das hat man gestern auch sehr eindeutig das heißt man darf ruhig mit klarem auge und verstand rangehen insofern ihr denn in der lage zeit klar zu denken und nicht nur für eine seite das ist wichtig das ist wichtig also beobachtet euch früh gleich von der ersten minute an und wer merkt hey nee ich krieg es einfach nicht in den kopf rein dass der heute nach oben kann dann lasst es lasst es lasst es hört auf zu handeln dann lasst den tag weg wartet noch eine woche wartet zwei wochen der dritter irgendwann wieder runde der läuft nicht der läuft jetzt nicht 20 wochen hintereinander oben raus kommt auch spaß nach unten nach aber dann wartet halt die bewegung die dir nach oben auspeitscht einfach ab dann fangt bei 14 500 wieder an oder bei 15.000 oder je nachdem wo er dreht und wenn es 15.600 ist dann wartet bis 15.600 und dann schottet ihr von dort wieder runter auf die 14.000 aber wartet bitte dass ihr mit dem markt auch denken könnt wenn ihr merkt es fällt euch schwer darauf einzulassen auf das was der macht weil ihr das übertrieben findet weil ihr das nicht verstehen könnt weil doch corona so schlimm ist und so weiter dann lasst es sein mit dem handeln in der woche halt und an dem tag tut ihr euch keinen gefallen mit weil ihr in der regel sonst noch minus kassiert halten er hat man nichts gekonnt ist schade um das geld okay gut also wir haben die zwei begrenzt hat die gibt uns der keil vor punkt aus dass es alles tag ist schaut sieht gut aus warum reingucken der zeigt nach oben auch mit dem hammer mir scheißegal zeigt nach oben grüne kerze aufwärtstrendbestätigung neue hochs neue allzeithoch sind kaufsignale technische kaufsignale knackt er jetzt noch die 14.000 weg dann geht halt um ein bisschen der deckel aufhalten 14.100 wird dann interessant 2 70 450 und dann geht es immer weiter 14.800 15.200 15.600 alles recht zügig erreichbar innerhalb von wenigen tagen wochen muss muss uns klar sein also auch wer da denkt ja auf 12.000 können wir doch ganz easy zurückfallen aber auf 15.000 glaube ich nicht dass das schafft denkt immer dran nach oben sind 1000 punkte bis 15.000 bis 12.000 sind es schon 2000 punkte das heißt es ist fast einfacher die eine richtung als in die andere richtung genug geld scheint auch da zu sein wenn man sieht wie die leute das hier reinwerfen lasst sie doch reinwerfen also nicht nicht im tod der überzeugung sterben dann dann lieber lieber die überzeugung warten mit der überzeugung warten bis der markt auch dahingehend ein bisschen signale bringt bis wieder nach unten fahrt aufnimmt dann wieder mit überzeugung short rein aber versucht neutral zu denken du kannst nur jeden tag immer wieder sagen immer wieder immer wieder immer wieder und macht euch am besten noch einen zettel an den bildschirm neutral bleiben cool na geh weg vom bildschirm wenn du merkst du bist zu einseitig macht euch versucht euch zu unterstützen selber ich kann euch ja nicht das analyse video noch rein pushen in innerhalb des tags ich mache jetzt hier zu ich wünsche euch wunderschönes wochenende guckt bis noch auf die kryptos jetzt am wochenende wäre typischer zeitpunkt für eine kleine umkehr wir haben jetzt schon heute teilverkäufe ausgezogen weil ich denke dass ich das am wochenende das ist nicht alle mitglieder bei uns umsetzen können deswegen war es mir wichtig dass wir das heute schon machen und dann haben morgen alle zeit das umzusetzen und dann am wochenende sollte man aber mal ein bisschen im blick behalten kann man vorstellen dass man da jetzt auch erst mal wieder ein bisschen gegenwind dann reinkriegt nach der woche gut freunde jetzt aber schluss aus ende gelände wir hören uns morgen tschüss wenn ein sonntag